Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist seit dem Brand spurlos verschwunden Haben Sie nichts Konkreteres für mich? Einen Verdacht? Eine Adresse? Sorry, Miss, aber über laufende Ermittlungen darf ich keine Auskunft geben Trotzdem, vielen Dank Diese Bilder da aus der Leonardo-Ausstellung, sind die zerstört worden? Da kann ich Sie beruhigen Die alten Meisterwerke konnten alle in Sicherheit gebracht werden Es gibt da einen feuerfesten Schutzraum im Keller, der als Archiv dient Dann sind Sie noch im Gebäude Sagte ich doch Darf ich jetzt vielleicht auch mal ein paar Fragen stellen? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Haben Sie etwas mit dem Museum zu tun? Nein, ich bin nur extra wegen der Ausstellung gekommen Ich bin ein großer Fan von Leonardo Ja, meine Frau auch Haben Sie Titanic gesehen? Äh, ja, natürlich Das Bild aus meinem Traum Es ist hier Das gibt's doch nicht Ist das alles wirklich passiert? Aber Dann muss hinter dem Bild Die Schriftrolle sein Der Brand im Museum Ist das alles Zufall? Oder wollte jemand das Bild vernichten? Ich muss ins Museum und das Bild finden Und damit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3 Ja, wir müssen irgendwie ins Museum rein Und das Museum ist abgesperrt Das ist natürlich eine super Voraussetzung Ohne Zeitschrift Dann habe ich hier noch eine Flasche gesehen Das ist wahrscheinlich nur Müll Anni, eine Glasscherbe Eine Glasscherbe Verdammt scharf Eine leere Glasflasche mit Schraubverschluss Das Time Magazine Titelthema Kampf den Alltagsdrogen Auf dem Cover ist eine Whiskyflasche Viele nützliche und weniger nützliche Dinge Ein echter Straßenkiosk Wie es sie überall auf der Welt gibt Ich werde hier nichts stehlen Ja, du sollst es eigentlich auch bezahlen Viele nützlich Der Besitzer scheint ein echter Patriot zu sein Sieht sehr geschäftstüchtig aus Guten Tag Guten Tag, schöne Lady Wie kann ich Ihren Aufenthalt am Palace of Fine Arts versüßen? Ja, das ist eine gute Frage Haben Sie irgendwelche interessanten Zeitschriften? Aber natürlich Das Military Magazine Und diverse delikate Publikationen Wenn Sie wissen, was ich meine Interessant genug? Nicht für mich, danke Der Kunde ist König Oder in Ihrem Fall Königin Irgendwelche anderen Wünsche? Bekommt man hier auch was zu essen? Mein Hotdogmaker ist leider hinüber Aber ich kann Ihnen diverse Schokoriegel und gesalzene Nüsse anbieten Nein, danke Das gab es schon im Flugzeug Wie Sie meinen Kann ich sonst noch was für Sie tun? Wenn ich es mir recht überlege, hätte ich gern was zu trinken Wie wäre es mit Eistee? Sehr erfrischend Na ja Sorry, deutsches Bier habe ich leider nicht auf Lager Lager? Sie verstehen? Schade, das verstehe ich nämlich unter einer Erfrischung Alkoholische Getränke bekommt man hier nicht einfach so an jedem Kiosk Und wieso? Sie erwarten jetzt nicht ernsthaft einen Vortrag über die kalifornischen Alkoholgesetze, oder? Das Einzige, was Sie wissen müssen Ich verkaufe hier keinen Alkohol, weil ich das nicht darf So einfach ist das Wollen Sie nun einen alkoholfreien Eistee oder nicht? Na gut Wenn es nichts anderes gibt, nehme ich einen Die Freundlichkeit in Person Bye, bye Machen Sie es gut, Lady Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die dürfen Waffen tragen, wie sie wollen Also in Anführungszeichen, wie sie wollen So jeder 0,5te, sag ich jetzt mal Also eigentlich fast jeder hat da eine Waffe Die dürfen, ja gut, dürfen Drogen nehmen, weiß ich jetzt nicht Aber da dealen auf jeden Fall viele mit Drogen Und entsprechend kaufen viele Drogen Aber Alkohol kriegt man nicht, oder was? Damit man dann keinen Blödsinn macht Damit man dann nicht besoffen ist mit den Klamotten, die man dann da hat, oder? Der Motor läuft In Deutschland hätte er jetzt bereits eine Armee von Umweltschützern am Hals Naja, würde ich nicht unbedingt sagen Also alleine vor der Schule stehen sie da teilweise eine Viertelstunde und länger mit laufendem Motor Da ärgert man sich dann zwar drüber Aber ja, es sagt halt niemand was Polizei kommt ja auch nie Mit Streifenwagen kann man keine Probefahrten machen Nicht? Warum nicht? Achso, hier, Polizist, mit dem wollte ich eigentlich versuchen zu reden Ich hab das Auto angeklickt Hi, ich bin's wieder Wie kann ich Ihnen helfen, Miss? Ja, das ist eine gute Frage Darf ich Sie was fragen? Tun Sie das nicht schon die ganze Zeit? Es ist wegen der strengen Alkoholgesetze hier in Kalifornien Ich möchte da beim Kauf nicht irgendwelche Fehler machen Alkohol wird hier nur zu gesetzlich geregelten Öffnungszeiten In speziellen Spirituosenläden an Kunden abgegeben Die mindestens 21 Jahre alt sind Das heißt, Alkohol darf nur in speziellen Geschäften verkauft werden? Aber selbstverständlich Ist das bei Ihnen anders? Nun ja, Sie bekommen eigentlich so ziemlich alles, was es überhaupt gibt Und so ziemlich überall In jedem Supermarkt, an Tankstellen sowieso Und selbst der kleinste Kiosk führt ein breites Sortiment Reden wir hier wirklich noch über Alkohol? Oder geht's um Feuerwaffen? Das ist doch die Stimme von, 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 ähm Hummer Simpson, oder? Oder bin ich doof? Krass! Ähm, äh, Frage zum Museum Könnte ich vielleicht einen kurzen Blick ins Museum werfen? Tut mir sehr leid, Miss Aber wie ich Ihnen bereits sagte Ist das Museum wegen des Brandes geschlossen Meine Güte Man muss sich das mal vorstellen All diese unbezahlbaren Meisterwerke Und dann brennt plötzlich alles In dem Gemälde ist nichts passiert Man konnte sie rechtzeitig ins feuersichere Archiv im Keller schaffen Nochmal wegen des Alkoholverkaufs Ja? Alkohol bekomme ich ausschließlich in speziellen Geschäften, sagen Sie? Ja doch Und man braucht eine entsprechende Lizenz Was? Wer ohne diese Erlaubnis Alkohol verkauft Handelt sich eine Menge Ärger ein Ich kann Ihnen nur raten, sich von zwielichtigen Straßenverkäufern fernzuhalten Danke für den Tipp Das werde ich tun Danke Sie haben mir wirklich sehr geholfen Dafür sind wir da, Miss Ich dachte gerade ernsthaft, man braucht eine Lizenz, um Alkohol zu kaufen Der Polizist wird verhindern, dass ich das Museum betrete Ja, ich weiß, aber wie kannst du da sonst noch hin? Hier kommt sie ja nirgendwo Eistee im Einwegkarton Wie geschmackvoll Was ist denn, wenn wir... In der Glasflasche sieht der Tee deutlich appetitlicher aus In der Flasche ist brauner Eistee Brauner Eistee Will der den vielleicht haben? Aufs Auto können wir das auch nicht drauf machen Ah, Kofferraum Man kann sogar einen Kofferraum einzeln Was da wohl drin ist? Das würde der Polizist doch im Rückspiegel sehen Nein, Nina, nein Der würde sowas doch nie machen Ähm Und der Glas... Okay, das Etikett der Whiskyflasche auf dem Titelbild konnte ich sauber ausschneiden Den Rest der Zeitschrift werfe ich weg Moment So wird das Etikett nicht an der Flasche kleben bleiben Nein, nein Haben wir denn irgendwas, was wir hier... Kann ich das anlecken oder so? Keine Ahnung In der Pfütze nass machen Ich feuchte das Etikett mal ein bisschen an Ja, ja, ja Das feuchte Papier klebt auf der Flasche Zumindest so lang, bis es wieder trocken ist Es tut mir leid, lieber Herr Kioskverkäufer Aber ich hab einen Plan Achso, kann man so gar nicht Muss ich mit dem reden? Hi, ich bin's wieder Wie kann ich Ihnen helfen, Miss? Nochmal wegen des Alkoholverkaufs Deswegen stand das aus Alkohol bekomme ich ausschließlich in speziellen Geschäften, sagen Sie? Ja, doch Und man braucht eine entsprechende Lizenz Wer ohne diese Erlaubnis Alkohol verkauft Handelt sich eine Menge Ärger ein Ich kann Ihnen nur raten, sich von zwielichtigen Straßenverkäufern fernzuhalten Danke für den Tipp Das werde ich tun Danke Sie haben mir wirklich sehr geholfen Nein! Dafür sind wir da, Miss Nein! Könnte man tatsächlich für eine echte Whiskyflasche halten Ja, aber Der will die ja nicht Oder müssen wir die hier reinschmuggeln Irgendwie Das wäre natürlich auch noch eine Option Das wäre den dann Wenn ich mich vorsichtig von der Seite nähere Kann ich meine Whiskyflasche unbemerkt zwischen die anderen Waren legen Ich kann nicht mehr reden, ich habe einen zu großen Schluck Kaffee genommen gerade Jetzt aber Ja Wie kann ich Ihnen helfen, Miss? Ich muss noch mal auf die Sache mit der Verkaufslizenz für Alkohol zurückkommen Was ist damit? Wie erkenne ich so einen lizenzierten Laden eigentlich? Das ist einfach Am Schild über der Tür mit der Aufschrift Liquor Store Nicht zu übersehen Ach so Dann kann ich also davon ausgehen, dass der Kioskbetreiber dort drüben keinen Alkohol verkaufen darf So ist es Dort werden Sie keinen Alkohol bekommen Die Geschäfte müssen nämlich einbruchssicher sein Deswegen fehlt auch das angesprochene Schild Ich habe dort in der Auslage aber Alkohol gesehen Wiederholen Sie das Naja, ich kenne mich zwar nicht so gut aus Trinke nur hin und wieder mal einen Schluck Bier Aber das dort sieht mir doch verdächtig nach einer Flasche Whisky aus Also falls das stimmt, dann Ich werde mir das mal näher anschauen Der Officer wird bestimmt bald merken, dass es sich nur um einen harmlosen Streich handelt Zumindest hoffe ich das für den Verkäufer Ja Können wir jetzt noch schnell irgendwas mit dem Polizeiautel machen? Mit Streifenwagen kann man keine Probefahrten machen Ja, dann guck wenigstens mal in den Kofferraum rein, Nina Oh, der hat schon geschlossen Der Polizist ist aushäusig Eine gute Gelegenheit, einen Blick in den Kofferraum zu werfen Aushäusig, wie gewählt sich unsere Kofferraum? Ich stecke mal alles ein, wofür ich Verwendung haben könnte Mach das So, und jetzt vorsichtig wieder schließen Wollte gerade sagen Äh, Bolzenschneider, ja, dann können wir bestimmt auch gebrauchen So, das sieht aber cool aus hier Metalltüren Dahinter verwirkt sich laut Plakette ein Notstromaggregat Okay Die Tür ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert Macht nix, wir haben Bolzenschneider dabei Weg mit dem Vorhängeschloss Der Generator ist aus Soll er denn an sein? Ich weiß es ja nicht Springt nicht an Aber welcher Motor tut das schon, wenn er keinen Treibstoff hat? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch gerade Benzin geklaut Die Öffnung des Tanks ist auf das Einfüllen über einen Stutzen ausgelegt Mit dem Kanister kann ich den nicht direkt befüllen Oh, wollt ihr mich denn hier? Ah Wie, wir können ja nicht direkt befüllen Ähm, ja, dann müssen wir erst mal gucken Was ist denn Ja, jetzt wo sie es sagt Scheint mir auch so Ich komm da nicht hoch Ne, echt? Ich hatte gedacht, probier's mal, aber Da ist der Eingang, Poster Das ist alles ein Poster Für eine Ausstellung über Leonardo da Vinci und das Gemälde auf dem Plakat Kenne ich nur zu gut Die Madonna Benoit Wie der Polizist gesagt hat Alle Bilder wurden in Sicherheit gebracht Ich muss die Madonna Benoit finden Hinter der da Vinci einst die geheime Botschaft des Archimedes versteckt hat Da ist sie wieder die Flugmaschine Oben Okay, oben, Ausgang, Nischen Hier hingen wohl die Gemälde, bevor das Feuer ausgebrochen ist Darunter auch Da Vinci's Madonna Benoit Ja, wir müssen theoretisch ins Archiv Ich denke mal in den Keller, ne? Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, das ist im Keller Hier hingen wohl die Gemälde Darunter auch Ja, ja, ja Gehen wir erst mal nach unten Sicherungskasten Oh nein, oh nein Sehr überschaubar Da war gerade was mit dem Code, ne? Lichter und Kann ich aber nicht drücken Nichts passiert Die Sicherung springt wieder raus Nichts passiert Ja, wegen dem Draußen Die Sicherung springt wieder raus Aber das kann ich doch nicht befüllen Dann schauen wir uns erst mal ein bisschen um Eine feuerfeste Metalltür Wahrscheinlich hat man die Gemälde in diesen Raum gebracht, als das Feuer ausgebrochen ist Die Tür ist mit einem elektronischen Kartenschloss gesichert Ja, sowas dachte ich mir schon Dann gehen wir erst mal die Treppen hoch Und hier rein Das ist das Fenst Komplett verzogen Die bekommt man wohl selbst mit einem Brecheisen nicht mehr auf Aber vielleicht Ach nee, wir haben gar keinen Schürhaken mehr Ja, aber sonst Moment, unten Achso, unten Ja, ja Jetzt zeigt mir jetzt alles nur noch mit unten an Wenn ich hier unten was anklicke, ne? Ich bin schon lang nicht mehr an der Außenfassade eines öffentlichen Gebäudes entlang geklettert Ah, okay Meine Güte Das Feuer hat hier ganze Arbeit geleistet Scheint verschlossen zu sein Ja, es ist immer alles verschlossen Da ist eine Brillengestelle Und ein Blumentopf Können wir den mitnehmen? Ne, schade Keine Ahnung, warum der Schreibtisch nicht so stark verbrannt ist wie der Rest des Raums Ja, streng genommen könnte das ein feuerfester Schreibtisch sein, ne? Alles ein Opfer der Flammen Okay, was haben wir denn hier? Den werden wir wahrscheinlich nicht brauchen Den dürfen wir nicht Oh Das Schloss habe ich im Handumdrehen geknackt Dann war meine Eingebung doch nicht so schlecht Außer einer dünnen Metallkarte ist hier nichts Brauchbares zu finden Oh, ja, eine Karte Sehr schön, sehr schön Das hört sich aber nicht gut an draußen So eine Hitze war selbst für diese Palme zu viel des Guten War das mal eine Palme? Man sieht es nicht Die wird sich nie wieder auf traditionelle Weise öffnen lassen Na gut, schade Ich habe gedacht, von innen kriegen wir es vielleicht hin Aber dann wohl eher nicht Okay, aber wir haben zumindest schon mal die Karte Wie komme ich denn jetzt nach unten? Hallo? Treppe Treppe Da So, die Frage ist nur Es funktioniert wahrscheinlich nicht ohne Strom Ah, wir haben jetzt eine Gießkanne Aber ich probiere es trotzdem nochmal kurz aus Ob das funktioniert Die Tür ist mit einem elektronischen Kartenschloss gesichert Ja, dann heißt das wohl mit anderen Worten Wir müssen erstmal, wie ich schon gedacht habe Das Ding Und dann Benzin da rein Ich habe den Diesel vorsichtig in die Gießkanne umgefüllt Ja, das war der Plan Ne Was hat sie denn jetzt gemacht? So Und dann einmal einführen Einführen, wie sich das anhört Die Tülle der Gießkanne passt perfekt in die Tanköffnung So geht kein Tropfen Diesel verloren Okay, dann nehmen wir jetzt wieder rein Äh, nein Ach Oh, ich bin so blöd, was man nicht im Kopf hat, ne? Wir müssen das doch noch anmachen Jetzt tuckert der Generator vor sich hin und versorgt das Museum mit Notstrom So, jetzt aber Einmal nach unten und Einmal zum Sicherungskasten So, Licht ist an Nee, äh Power an Die Beleuchtung funktioniert jetzt Allerdings ist dafür die Sicherung für die Steckdosen wieder rausgeflogen Das Notstromaggregat ist wohl nicht in der Lage Beleuchtung und Steckdosen gleichzeitig mit Energie zu versorgen Ähm, okay Ist das jetzt schlimm? Aber Beleuchtung heißt Kommen wir da durch oder können wir da nicht durch? Ohne Strom kann die Schlüsselkarte nicht eingelesen werden Aha Hat das denn irgendeine Bewandtnis, dass wir jetzt hier Strom haben? Gucken wir nochmal Ähm Die Steckdosen sollten jetzt wieder funktionieren Allerdings ist dafür die Sicherung für die Beleuchtung wieder rausgeflogen Das Notstromaggregat ist wohl nicht in der Lage Steckdosen und Beleuchtung gleichzeitig mit Energie zu versorgen Ja, ja, ja Ich befürchte, wahrscheinlich handelt es sich um den Raum danach, oder? Wir müssen denn das aufschließen und dann das Licht da machen Mit einem elektronischen Kartenschloss gesichert Ja, deswegen sollst du die Schlüsselkarte benutzen Geschafft Der Weg ins Archiv ist frei Dieser Raum hat keine Fenster In dieser Finsternis kann ich nichts erkennen Ja, dachte ich mir schon fast Das dachte ich mir schon fast Aber zumindest ist die Tür offen Die Frage ist nur, bleibt die jetzt offen, wenn ich sie einmal geöffnet habe? Allerdings ist da das Not Oder muss ich jetzt irgendwas machen, dass ich jetzt dabei das Bingo Irgendwo hier muss Da Vinci's Gemälde aufbewahrt werden Wobei, sind wir mal ehrlich Es ist auch sehr unlogisch Weil wenn die Tür einmal zugegangen ist, muss ich natürlich die Karte wieder benutzen Das heißt, ich brauche wieder den Strom Also was die sich dabei gedacht haben, keine Ahnung Jo, hast ja schon gesagt Voll mit Dingen, die du nicht brauchen kannst Oh, ne Lampe Eine Lampe, wie nützlich Da geht mir doch gleich ein Licht auf Äh Tür zum Archiv Hm Einfacher wäre das Ganze, einfach elektronisch anzugucken Und siehe da, da haben wir schon einen PC Noch nicht ganz ausgesprochen Der Computer fährt nicht hoch Liegt wahrscheinlich daran, dass die Steckdosen keinen Strom haben Ihr wollt mich doch veräppeln Das ist wohl der Arbeitsplatz von Anderson Dem Restaurator, den Max hier treffen wollte Ich frage mich, welche Informationen er für Max hatte Ein extrem ordentlicher Arbeitsplatz Hier liegt nichts rum, was ich brauchen könnte Ohne Strom tut sich da nichts Oh, ich habe aber keine Taschenlampe oder irgendwas Sonst würde ich ja mit Taschenlampe hier rumlaufen Ach doch, Moment, ich habe eine Schreibtischlampe Der Schirm fehlt Aber sonst scheint die Lampe in Ordnung zu sein Äh Kann man die nicht anmachen? Hm Dem Arbeitsplatz kann ich die nicht benutzen? Oder macht die die automatisch an, wenn ich Die Kisten enthalten nichts Interessantes Ist ja gut Die Steckdosen sollten jetzt wieder funktionieren Das Notstoß Ja, ich weiß es doch Nina, ich weiß es doch Das Problem ist jetzt nur Ich sehe die Hand vor Augen nicht und gehe keinen Schritt weiter Natürlich Ja, jetzt renn bloß nicht wieder raus Kann ich so aber nicht benutzen Schreibtischlampe Die Gießkanne ist aus Blech Ja, das ist toll Der Schirm fehlt Aber sonst scheint die Lampe in Ordnung zu sein Hm Das Handy benutzen kann man nicht Mein Mobiltelefon Hochmodern Schick Vollgepackt mit Apps Und unglaublich teuer Ja Warum benutzt du dieses blöde Handy nicht einfach mal Um ein bisschen Licht zu machen, Nina? Der Schirm fehlt Also sie will Definitiv Keine Lampe anmachen Oder kann es nicht Ich habe keine Ahnung Funktioniert das nur Ja, ja, ja Hm Haben wir denn hier irgendwo Steckdosen? Ich sehe hier Ja, das ist die Tür Boah, dass das immer aufgeht unten Ich sehe keine, ne? Doch Oh, nie, ne? Alter Ich stecke das Kabel mal ein Leider ist kein Saft auf der Steckdose Und so bleibt die Lampe aus Alter Ist das dein Ernst? Oh, da muss man erst mal drauf kommen Dann machen wir das Spielchen nochmal Die Steckdose Das können wir abkürzen Da sagt sie immer nur das Gleiche So Endlich Da müssten wir jetzt Ein PC auch anmachen können Meine Güte Der bootet aber schnell Ähm Nach welchem Künstler soll ich suchen? Ah, man kann es auch suchen Sehr schön Kein Treffer Offenbar habe ich bei den Eingaben Was falsch gemacht Geben Sie bitte den Künstler Achso Müssen wir alles eingeben Oh, weiß ich denn Aus welchem Jahr das gewesen ist Nach welchem Gemälde soll ich suchen? Ja, die Die auf jeden Fall Welches Entstehungsjahr soll ich auswählen? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ja, ich weiß jetzt Wo die Madonna Benoit aufbewahrt wird Dann will ich sie mal holen 1477 war richtig Sehr schön Meine Güte Da drin kann man sich ja heillos verlaufen Aber ich habe gefunden Was ich gesucht habe Bin gespannt Was für ein Geheimnis Das Gemälde birgt Okay Die Madonna Benoit Bin gespannt Welches Geheimnis Sich hinter ihr verbirgt Leider kann ich auf den ersten Blick Nichts Verdächtiges entdecken Das heißt Wir müssen ein Jahrhunderte altes Gemälde kaputt machen Oh nee Dürfen wir nicht Ach Ach Nein Ich habe eine andere Eingebung Weil jetzt funktioniert ja auch Ein Extremordnen Ja, ist ja gut Jetzt funktioniert ja auch das Röntgen Ich sollte erst das Gemälde Das ich röntgen möchte Reinstellen Ja, dann nehmen wir erst das Gemälde Da nehme ich mal an Natürlich Anderson hat das Gemälde durchleuchtet Und dabei Da Vinci's Geheimnis gelüftet So schwer kann das eigentlich nicht sein Ich versuch's mal Wenn man weiß, was man tut Ist das sicher nicht schwer Was ist das denn? Was Was passiert hier? Mein Freund Ihr wünscht mich zu sprechen? Mein König Verneigt euch nicht, Archimedes Mag meine Macht auch groß sein Mein Name ist irgendwann vergessen Deiner hingegen Wird die Zeit überdauern Euer Bote sagte mir, dass ihr eine außerordentliche Entdeckung gemacht habt In der Tat Schaut her Was seht ihr? Einen Kreis? Wer ein Rad beschlägt, muss den Umfang des Rades kennen Wer eine Säule mit einem Kranz schmücken will Muss wissen, wie groß der Umfang dieser Säule ist All dies lässt sich nur mit Hilfe der Kreiszahl bestimmen Die allerdings seit jeher nur auf Schätzungen beruht Niemand wusste, wie man sie genauer berechnen kann Ihr habt die Formel gefunden? Großartig! Unsere Baumeister werden es euch danken Verzeiht, mein König Aber hier geht es um weit mehr als den praktischen Nutzen für das Handwerk Diese Formel birgt die Ewigkeit Ihr sprecht in Rätseln Die Kreiszahl ist schwer fassbar Sie besteht aus mehr Ziffern, als ihr Sterne am Himmel seht Sie bis auf die letzte Stelle zu berechnen, bedarf viel Zeit Der Kreis ist das Symbol der Vollkommenheit Wer die Kreiszahl bis auf ihre letzte Ziffer kennt Dem erschließt sich das Geheimnis dieser Welt Entschlüsseln wir diese Zahl, so blicken wir in das Antlitz der Götter Ihr wart mir stets ein treuer Freund Und ihr wisst, dass ich eurem Urteil vertraue Wenn ihr einen Gehilfen für die Berechnung braucht, so genügt ein Wort Nicht einen, mein König Die Berechnung dieser Zahl wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, als der Bau der Pyramiden Wir brauchen Tausende Mein Gott Diese Visionen werden immer merkwürdiger Hatte Archimedes Recht? Verbirgt sich hinter Pi ein Geheimnis? Nina Kalenko? Anderson? Nein, der ist genauso verschwunden wie dein Verlobter Max, was ist mit ihm passiert? Dasselbe, was mit dir passiert wäre, wenn ich nicht aufgepasst hätte Hast du nicht gemerkt, dass du überwacht wirst? Überwacht? Von wem? Erkläre ich später Komm sofort zu mir Wo finde ich sie? Hallo? Sind sie noch da? Anscheinend nicht Ich wollte gerade sagen, kann ich wieder was machen? Ein QR-Code? Das sind doch diese Dinger, die man einscannen kann, ne? Ich habe sowas nur einmal benutzt im Leben Mit meinem Mobiltelefon kann ich solche QR-Codes einlesen Hm, Kassandra? Der Name stand doch auch in der E-Mail, die Max von diesem Restaurator erhalten hat Wenn ich mich recht erinnere, ist Kassandra eine tragische Figur aus der griechischen Mythologie Die jedes Unheil vorhersah, aber bei niemandem Gehör fand Nicht gerade ein gutes Omen Aber das ist meine einzige Spur Vielen Dank für dein Like Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren Und dann Vielen Dank.